Willkommen bei Bewertungen, Ratschläge und Tipps. Ich habe die chronische Schmerzenlösen-Online-Bewertung basierend auf meine persönliche Meinung. Unten im Videobeschreibung finden Sie den Link, Sie werden weitergeleitet. MyFit Coach Du möchtest Muskeln aufbauen oder Fett verlieren? Und das so einfach, optimal und effizient wie möglich? Dann hast du wahrscheinlich schon vom wissenschaftsbasierten Kifitness-Coaching MyFit Coach gehört. Doch was verbirgt sich hinter MyFit Coach? Wir verraten dir nicht nur, wie es funktioniert und wie viel es kostet. Sondern auch, was andere Kunden für MyFit Coach Erfahrungen gemacht haben. Doch lass uns nicht weiter drum herum reden, sondern direkt starten. Kursname MyFit Coach Herausgeber Dr. Tim Wirt Inhalt MyFit Coach ist ein digitaler Coach, der dir dabei helfen soll, Muskeln aufzubauen oder Fett zu verlieren. Wer ist Dr. Tim Wirt? Der Gründer von MyFit Coach ist Dr. Tim Wirt. Er hat sich auf Bodybuilding, Ernährung und Fett abbauen spezialisiert. Darüber hinaus kann MyFit Coach auch auf Sozialmedia verwendet werden. Dort werden einige Tipps und Tricks veröffentlicht. Tim möchte anderen Menschen helfen, Muskeln aufzubauen und Schrägstrich oder Fett zu verlieren. Die MyFit Coach Kurs Anwendung ermöglicht es Menschen, schneller und geplanter echte Ergebnisse zu erzielen. Durch die MyFit Coach Kurs abhofft Tim, mehr Menschen mit dem besten personalisierten Training und der besten Ernährung zu helfen. MyFit Coach ist eine wissenschaftsbasierte künstliche Intelligenz-Fitness-Trainer-Anwendung. Es kann als digitale Alternative zu Personaltrainern bezeichnet werden. Es ist also ein digitaler Personaltrainer. Es sollte ihnen helfen, Muskeln aufzubauen und Schrägstrich oder Fett optimal zu verbrennen. Künstliche Intelligenz basiert auf 183 Trainings und 358 ernährungswissenschaftlichen Forschungen. Grundsätzlich erstellt MyFit Coach einen auf dich zugeschnittenen Trainings- und Ernährungsplan. Aber wie organisiert künstliche Intelligenz einen solchen Plan? Zu Beginn beantwortest du 21 Fragen, die für deinen Trainingsernährungsplan essentiell sind. Daher sollten sie die Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Denn nur so kannst du das beste Training machen. Während des Trainingsvorgangs gibst du deine Trainingsdaten in die App ein, damit die künstliche Intelligenz den Trainingsplan genauer auf dich zuschneiden kann. MyFit Coach berechnet die Kalorien, Makros und Schritte, die pro Tag benötigt werden, um optimal Muskeln aufzubauen oder Körperfett optimal zu reduzieren. Der Antrag lässt sich auch in sechs Hauptpunkte gliedern. Wie bereits erwähnt, sollte MyFit Coach ihr digitaler Coach sein, der sie über ihren Status auf dem Laufenden hält. Er gibt ihnen einen Trainings- und Ernährungsplan. Sie können ihr Gewicht jeden Tag verfolgen, damit die künstliche Intelligenz, K, das Training und die Ernährung besser auf sie abstimmen kann. Regeneration Um ihr Trainingsvolumen anpassen zu können, werden sie jede Woche nach ihrem System und der spezifischen Regeneration, pro Muskel, gefragt. Statistik Durch Statistiken können sie ihr Training, ihre Ernährung und ihren körperlichen Zustand analysieren. Wissensdatenbank In dieser Datenbank können sie mehr als 54 Artikel zur Ernährung, Training, Supplements und Regeneration lesen und entdecken. Empfehlungen Hier finden sie Nahrungsergänzungsmittel und Ernährungsempfehlungen, implementieren. Die Verwendung von MyFit Coach kann Personaltrainern Geld sparen. Denn echte Personaltrainer können schnell sehr teuer werden. Da es nicht direkt vergleichbar ist, bleibt abzuwarten, ob es den gleichen Effekt erzielt. Trotzdem wird MyFit Coach einen individuellen Trainings- und Ernährungsplan entwickeln. Dadurch können sie viel Zeit und Arbeit sparen. Denn künstliche Intelligenz soll dir am besten helfen, Muskeln aufzubauen oder Fett zu verlieren, je nachdem, was deine Ziele sind. Wenn sie MyFit Coach verwenden, anstatt es nicht zu verwenden, können sie ihre Ziele schneller erreichen. Aber wie bei den meisten Dingen ist die Situation, wenn der erste Erfolg eintritt, von Person zu Person unterschiedlich. MyFit Coach Preis und Kosten Um dein MyFit Coach Abonnement zu kündigen, kannst du zwischen drei Optionen wählen. Erfahrungen und Kundenbewertungen Sie fragen sich vielleicht, was andere Kunden von digitalen künstlicher Intelligenz-Coaches halten. Deshalb haben wir hier einige MyFit Coach Erlebnisse für dich aufgelistet. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen auch die Vorher-Nachher-Fotos unserer Kunden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach 14 Jahren Training doch noch so vieles von MyFit Coach mitnehmen kann und mir keine großen Gedanken mehr um Training und Ernährung machen muss. John Laurent Seit vier Monaten lasse ich mich von der MyFit Coach Künstliche Intelligenz coachen. Was ich am coolsten finde ist, dass ich nicht mehr überlegen muss. Die Künstliche Intelligenz rechnet dir alles ideal aus. Etwas Einfacheres hat es noch nie gegeben. Patrick Reiser Dank MyFit Coach muss ich mir keine Gedanken mehr um mein Training und meine Ernährung machen, habe mehr Zeit dazu gewonnen und erziele weiterhin optimale Fortschritte. Mischa Janjek Für wen ist MyFit Coach geeignet? MyFit Coach kann für jeden Menschen geeignet sein, der Schrägstrich die Muskeln möglichst effizient aufbauen wollen. Fett auf schnellem Weg verlieren möchten. Keinen persönlichen Coach, sondern lieber einen digitalen Coach bevorzugen. Kein Geld für einen teuren Personalkoach haben. So einfach und doch effektiv wie möglich trainieren und sich gesund ernähren will. Kommen wir nun zum Schluss und fassen das allerwichtigste Kompakt zusammen. MyFit Coach ist ein digitales künstliche Intelligenz-Fitness-Coaching, das dir dabei helfen soll, so effektiv wie möglich Muskeln aufzubauen oder Fett zu verlieren. Für die Nutzung benötigst du ein Smartphone und die MyFit Coach Muskelaufbauung. Aufbau Aufbau